Auch online spielst du Jacks are better mit 5 Karten gegen den Automaten und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes. Bei Stargames kannst du online mit echtem Geld spielen. Natürlich kannst du deinen Gewinn auch hochspielen. Die höchste Karte gewinnt. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf Casinoverdiener.com